Felice Placido Borrell war ein italienischer Fußballspieler und Trainer. Borrell, Hauptposition Mittelstürmer, war auch als Fafalino bekannt. Da er der jüngere Bruder von Aldo Giuseppe Borrell war, wurde er auch als Borrell bezeichnet. Karriere Felice Borrell debütierte als 18-Jähriger für bei Juventus Turin und zeigte auf Anhieb sein großes Talent. In seiner ersten Saison in der Serie A erzielte er 29 Tore in 28 Partien und wurde damit Torschützenkönig. In der Folgesaison konnte er diesen Erfolg wiederholen, indem er in 34 Spielen 32 Treffer erzielte. Am 22. Oktober 1933 berief ihn der Nationaltrainer Vittorio Pozzo in die Squadra Asura. In seinem Debüt durfte Borrell 2 die Nummer 9 von Angelo Schiavio tragen und erzielte den Siegtreffer gegen Ungarn. Borrell gehörte auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1934 zum Kader Italiens. Jedoch blieb ihm nur die Statistenrolle hinter dem großen Schiavio und er kam nur zu einem Einsatz im Wiederholungsspiel des Viertelfinales gegen Spanien. Dennoch konnte der Stürmer mit der von Vittorio Pozzo trainierten Squadra Asura den Gewinn des WM-Titels und damit den größten Erfolg seiner Laufbahn vieren. Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels und dem erneuten Titelgewinn mit Juventus Turin schien Borrell zu einem der besten italienischen Mittelstürmer der Geschichte zu reifen, aber in der Folge begann sein Stern zu sinken. In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre kam er bei den Bianconeri immer seltener zum Einsatz und erzielte kaum noch Tore. Zur Saison 1941-42 wechselte Borrell 2 zum Stadtrivalen AC Turin. 1944 kehrte er zu seinem Stammverein Juventus zurück und bestritt die Kriegsmeisterschaft. 1946-47 wechselte Borrell zu Alessandria, ehe er am Ende der Saison 1948-49 seine Karriere bei der SSC Niapel in der Serie B beendete. Bei beiden Vereinen hatte Felice Borrell als Spielertrainer fungiert. In der Saison 1958-59 arbeitete Felice Borrell zusammen mit Carmelo Dibela als Trainer von Carl Zico Catania. Insgesamt konnte er 138 Tore in der Serie A erzielen und ist bis heute einer der jüngsten Torschützenkönige der Geschichte der höchsten italienischen Spielklasse. Erfolge im Verein Italienische Meisterschaft 1932-33, 1933-34, 1934-35, Coppa Italia 1937-38, in der Nationalmannschaft Weltmeister. 1934-34, Europapokal der Nationalmannschaften 1933-35, 1934-35,